Das ist Shining Light TV-Magazin. Ich komme zurück in hier und erzähle über die Schining Light TV-Station, die Schining Light TV-Station ist. Hallo, wir sind in der ganzen Welt zurück. Wir sind wieder zurück auf dem Broadcasting von Schining Light TV-Station. Und wir versuchen, eine Fonds von 7.7 Millionen in der ganzen Welt zu erhöhen. Und Matilda, Handa, wird weitergehen. Und während Matilda wird die Poster-Station analysieren, während sie die Poster-Stationen verbaut, wird sie auch ihre Hoffnung. Sie verstehen ihre Situation und sie bear mit ihr. Das ist die Schining Light TV-Station in London. Das ist die Schining Light TV-Station. Wenn ihr eine Information braucht, könnt ihr die Information in hier bekommen. Okay, ich bin jetzt auf Matilda. Matilda, sie hat die Schining Light TV-Station über die Schining Light TV-Station geholfen. Hallo. Hallo, alle willkommen zu diesem Schining Light TV-Station. Das ist die Schining Light TV-Station hin. Okay. Hallo, alle willkommen zu diesem Schinen Light TV-Station. Sch Ehre, diese Schine Light TV-Station. Das ist die Schining Light TV-Station. Wir schauen uns zu dieser Schinen-Station. Yes! Hello, hello everybody, Shining TV. This is Shining TV in London. You welcome Shining TV. The Shining TV, I think it is a different and amazing channel. The Shining TV, I think it is a sport that is helping everyone. Shining TV, good television and great television, the sport television. Shining TV is a different, amazing, big, amazing magazine. Shining TV, I think in this sport, this is Shining TV. Shining TV, differently, the picture and they are live, all of the Shining TV. Shining TV. Would she be on the TV station? No, 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 don't show up. Das ist ein Politiker. Das ist ein Politiker. Sie sehen hier? In Irland. Theresa May. Theresa May. Theresa May. Und die Ministerin. Und dann... Ich zeige euch. Jeremy Corby. Der Labour Party. Der Leider. Er ist fantastisch. Das ist gut und gut. Er hat viele Leute zu helfen. Herr Schmerz. Herr Schmerz. Er spricht darüber. Theresa May. Er spricht darüber. Er spricht darüber. Jeremy Corby, mit uns zusammen, schaut auf den anderen Seite. Ich weiß nicht, was passiert, was passiert. Gut, gut. People are speaking, speak, speak. People are speaking. Just all the man is talking about, read the book. Inside, he is talking about this, I don't know what is reading in the book. This man, I show you again, is talking about on phone, talking about is this phone, but I don't know this phone, who is it, is talking about this, what is happening. This is not the phone. It's not the phone, see you. Take this, take this, back this. When you do one, you do this, one. Quick, don't come out of the camera, I will be coming, checking you. This is Shining Life TV. This is Shining Life TV in London. Shining Life TV is your life. Shining Life TV for good this time and great time. For helping these children and their families and these homeless. I love to do everything. Viewers across the world. Hi guys. We are back on publication of Shining Life TV in London. We are here today raising funds. We are raising funds of 7.70 million. People think it's not possible. It is possible indeed. And we are here showing you all this article. It's part of our fundraise. And because we want to rehab the homeless. We want to do rehabilitation. We want to do geographical. We want to help people who are struggling with different types of capacity of life. And we are passing this message across the whole world. To see that people need to build up their confidence. No matter anywhere you are. If you are German. If you are English. If you are France. You know. You need to build up your confidence. And you need to believe in yourself. This is Shining Life TV in London. Guys keep on watching. And this young lady that is here. Is trying to promote her. Is trying to bring her talent. People across the world. People across the world. Keep on watching. And keep on subscribing to this channel. This is Shining Life TV in London. Across the whole world. Shining Life TV in London. Shining Life TV helping these homeless. Shining Life TV have to meet the problem. And the homeless. And the school. All of them Shining Life TV. Shining Life TV. Shining Life TV. Shining Life TV. All of them helping the homeless. We don't have problem. And the incarcerated. Shining Life TV. Shining Life TV. Shining Life TV. Is for you. Helping. This is number one. It is your life. Shining Life. Shining Life. Es ist nicht nur ein Telefonnummer, sondern es ist nur ein Telefonnummer, mit den Arbeitern, die Menschen helfen und die Probleme mit den Problemen, das Homeless und andere Problemen, die Shining TV. Nicht nur, allein, nicht nur. So, sie helfen alle Menschen. Shining Light ist gut und groß und groß und groß. Es gibt verschiedene Programme, Shining Light. Ich denke, Shining Light ist eine große Telefonnummer in London. Shining Light is different and this different Light. Shining Station and Shining Magazine in London. Shining Light Television. Shining Light Television in London. Shining Light. Shining Light is a good and great time. Shining Light Lift. Shining Light. Shining Light doat. Sh Line Das ist wichtig für Britannien. Die Big Band ist gut für die Touristen, für die Big Band. Die Big Band ist Nummer 1 in London. Das ist eine große Geschichte, die Big Band. Nach dem Parlament sind die Politischen Leute, die in den Meeting und andere Leute, die nicht in der Mitte. Die Leute, die nicht in der Mitte, die nicht in der Mitte, die nicht in der Mitte, die nicht in der Mitte. Die Politischen Leute, die Leute, die Politischen Leute, die in der Mitte, die in der Mitte, die in der Mitte, die in der Mitte. Die Big Band ist großartig. Das ist großartig. Big Band. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Do you know, do you know they need this homeless, shining like TV, is helping need this homeless, shining like in London magazine, is different, different, different. I say this, talking about this here, this, Osborne, come back, a newspaper editor. Shining like TV. Shining like TV. Amazing. Und jetzt wissen Sie, dass die Menschen nicht mehr die Menschen helfen. Sie sind die Tv. Sie sind die Tv in London. Das war's für heute. So I said that Lodi Marx, he is the big power in politician, and a lot of the people helping each other, some these problems, listening to people, Jeremy Corby and with friends, Er hat diese Probleme. Er ist listening, er ist helping. Er ist gut, ich denke, er ist gut. Er ist sehr, sehr friendly. Er ist promise. Er ist nur helfen, nicht für ihn. Er ist gut, ich gebe dir das Geld, ich gebe dir das für mich, das ist ein großer Job. Er ist gut, ich nehme das Auto. Er ist nicht alle. Er ist nicht das Politische Leute. Er ist nicht das Politische Leute. Er ist anders. Er ist wirklich ein richtiges Mann. Der Justice, Jeremy Corby, er ist die Politische. Er ist helfen die Leute. Er ist gut, die Politische. Er ist gut, die Politische. Er ist helfen, die Leute zu unterstützen. Er ist helfen, die Politische 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 Leute zu unterstützen. Er ist nicht ein politischer Politische Leute zu unterstützen. Er ist helfen, die Politische Leute zu unterstützen. Er ist helfen, die Politische Leute zu unterstützen. Er ist helfen, die Politische Leute zu unterstützen. Es ist sehr schön, die Wetter. Es ist sehr heiß. Ich denke, dass es Theresa May ist. Theresa May ist nicht in England die Ministerin. Ich weiß nicht, ob die Politiker helfen, ob es wirklich oder nicht. Ich weiß nicht, ob es Theresa May ist. Ich sehe die Medien und die Sprecher. Ich sehe die Sprecher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Did you see this list, an election list, before this election list, Melasete, and May's Bottle Bus in the picture, and Jeremy Corby Bottle Bus, and the Bottle Bus is different Bottle Bus, and the Green Bottle Bus, Axips Bottle Bus, these are different Bottle Bus, Jeremy Corby, and the Teresame, and Green Party, and the Labor Party, Terenice Party, and these different parties, these different bus take the difference. Oh, amazing, Teresame is different, I think this very too much is expensive, spend, 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 they do different, they are all amazing, thinking ideas, Jeremy Corby, this normal bus, this Green Party, and just only these green grapes in this day, other party, the same as children, these toys, these cut the day. We are the Spring Lakes. Spring is Spring Space. time you see do you know is good time with some in summer time great time is people enjoying your son I not this too much clear English so relax people all of them is relaxed people good time I thinking you see is good time great time I enjoy in summer you're not talking nothing joking just some some but relax is good good relax but then join and is happy people they and they are not evil work just only resting just only home on holiday this good time and all of them of not working they do they didn't work just only this cake I like it is good time great time on holiday I thinking this is holiday it's too much working working people did all this upset the worry is the not tired nothing free time not with a good thinking the same this all upset is not this good nothing smearling so think so what you Ich sehe die Queen Elisabeth, Sie sprechen über die Regierung. Sie sind mit der Regierung, und die Regierung, die Regierung, Die Regierung ist, glaube ich, in dieser Frage, wie es die Arbeit ist, ob es okay oder nicht okay ist. Sie hat gesagt, wie ist die Wirtschaft, wie ist die Wirtschaft, wie ist die Wirtschaft, wie ist die Wirtschaft, wie ist die Wirtschaft. Das istAG, wie ist diese Wirtschaft oder nicht welche. Ohne Wagen beides, was staat hier sitzt. Fragen nach pragism, etwas ist wichtig für die Regierung. Und dann sprechen, denken, es ist wichtig, es gibt mehr Fragen, sie ist wie das für die Regierung und ist es okay oder nicht okay für diese Lande. Ich weiß nicht, es ist wichtig, es ist wichtig. Was bedeutet das? Ich weiß nicht. Telefon, einfach sprechen. Ja, einfach sprechen. Tony Blair, ich bin der Präsidenten. Former Prime Minister Former Prime Minister Former, Old Prime Minister Old Prime Minister Hello viewers This is Shining Light TV London We are back right now We are raising a phone of 7.7 million to support the homeless to support other privileged people people seeing this across the whole world Keep on supporting and subscribe to this channel and we, somebody like Matilda we are trying to help them to come out